Grüße aus dem Nerdroom, willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder Zeit, sich eine MagicDisc64 anzugucken. Und das letzte Mal, dass ich mir die Erstausgabe angeguckt habe, das war zum Jubiläum, das ist jetzt schon ein bisschen her. Und ich habe mir gedacht, ich lese heute mal so sämtliche Rubriken vor. Ihr seht hier das Cover der MagicDisc Ausgabe 1.88, das war die zweite Ausgabe. Und da steht drauf, Bastelware der C64 in Zeitlupe, magische Disk Utilities, die Diskette im Griff, Software aktuell, heiße Spiele für kalte Tage, Super Adventure, 87 Kilobyte Abenteuer und Action, HyperDot, ihr eigenes Dateisicherungssystem. Und ich vermute, es heißt Sicherungssystem, weil das Cover kann man hier nicht so besonders gut lesen, muss ich sagen. Und ein Messebericht, Trend der Hobby und Electronic. Ja, und dann schnell, schneller, am schnellsten Floppy Speeder im Vergleich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ja, ich würde sagen, wir steigen mal direkt in die Diskette ein und schauen mal, was uns das Ganze jetzt so bietet. So, dann wollen wir doch mal gucken, was uns die Ausgabe 1.88 der MagicDisc 64 zu bieten hat. Ich fange einfach mal hier oben bei Hallo an. Aha, Hallo, in den nächsten Stunden gibt es nur eins, die MagicDisc 64. Ja, hervorragend. Dann schauen wir doch mal. Ja, die Ladezeiten sind immer noch relativ lang, aber ich meine, das ist ja auch der C64, was soll man machen. So, ich gehe schon mal hier runter. Hallo, da sind wir schon wieder mit der zweiten Ausgabe der MagicDisc 64. Auch in diesem Monat haben wir die Diskette mit nützlichen Utilities und brandheißen Spielen vollgepackt. In der Zwischenzeit haben uns viele Briefe und Anrufe von C64-Besitzern erreicht, die sich freuten, endlich das richtige Computermagazin gefunden zu haben. Einige Einsteiger traten jedoch mit der Frage an uns heran, wie man denn vom Hauptmenü in die Spiele oder Utilities gelange. Diese Frage lässt sich leicht beantworten. Das geht nicht. Das hat auch seine guten Gründe. Es wäre zwar möglich, Spiele vom Hauptmenü zu starten, allerdings dürften derartige Spiele dann nur bestimmte Teile des Speicherplatzes belegen. Und da gerade die besten Spiele fast den gesamten Speicher einnehmen, haben wir auf diesen Luxus verzichtet. Ja, ja, die besten Spiele. Wir haben es ja gesehen. Wer es nicht gesehen hat, ich habe die Spiele angespielt und von der Qualität der Spiele kann man sich in dem Video, das unten in der Beschreibung verlinkt ist, überzeugen. Laden Sie deshalb ganz einfach das Inhaltsverzeichnis der MagicDisc 64 mit Load-$,8 und dann das gewünschte Programm mit Load-Programmname. Ich hoffe damit einige Fragen aus der Welt geschafft zu haben und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zu MagicDisc 64 greifen würden. Viel Spaß, Christian Geltenpoot, Chefredakteur. Aha, ja, oh, das war es schon, okay. Was haben wir denn überhaupt hier? Habe ich gar nicht geguckt. Hardware, Software, Bastelware und Utilities. Ja, und Games natürlich. Dann News, Intern, Tipps und Tricks und, naja, Ende. Was immer unter dem Menüpunkt Ende ist, vielleicht wird einfach nur der Computer resettet. Wir gucken es uns nachher an. Zu Utilities und Games mache ich eine eigene Folge. Da werde ich jetzt auch nicht groß reingucken in die Menüpunkte. Weil, das mache ich dann, wenn es sowas ist, sonst lese ich alles doppelt. Das wäre ja auch blöd. Gucken wir uns jetzt erstmal an, was hier unter Hardware denn so für Abenteuer zu entdecken sind. Ja, man hat ja immer viel Zeit gehabt damals. Bitte wählen Sie die folgenden Seiten an. Lego und C64, Floppy Speeder im Test. Aha, Seite 2 und Seite 9. Oh, das mit dem Lego scheint ja umfangreich zu sein. Dann bin ich ja mal gespannt. Ich blätter einfach mal auf Seite 2. Hardware. Auf der Hobby und Elektronik 1987 in Stuttgart. Ein ausführlicher Bericht dazu finden Sie unter der Rubrik News. Oh, da ist ein Fehler drin. Das heißt ja eigentlich einen ausführlichen Bericht. Naja. Stellte der Verlag J.B. Metzler die neuesten Produkte von Lego vor. Fünf Problemlösungspakete zum Thema Steuern von Maschinen und Robotern. Ein Gebiet also, an das ich Lego bisher noch nicht gewagt hatte. Den Computer. Die Bausätze sind eigentlich für den Schulunterricht gedacht. Leider gibt es jedoch bis heute noch recht wenig Schulen, an denen mit dieser oder ähnlichen Produkten unterrichtet wird. Ja, und das sollte auch noch bis 2020 so bleiben. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass diese Produkte eben nur einen Ruf als Spielzeug haben. Und nach Meinung der Veranstalter, denke ich mal... Nee, Verantwortlichen wohl eher... Genau, der Verantwortlichen Spielzeug in Schulen nichts verloren hat. Es bleibt zu hoffen, dass sich dieser Zustand bald ändert. Und für alle, denen die Schule diese Möglichkeit nicht bietet, hat sich Magic Disk 64 das neue Lego-Programm angesehen. Es besteht aus fünf Problemlösungspaketen, die separat oder auch zusammen verwendet werden können. Diese Pakete sind im Einzelnen. Erstens. Lego-Lines bestehen aus folgenden Teilen. Lego-Lines, ein Steuerprogramm auf Diskette für den C64 für 162 Mark. Spannend. Was denn noch? Das Programm ermöglicht Steuerung von Motoren und die Auswertung von Sensorsignalen von Lego-Modellen. Es sind keinerlei Kenntnisse in Programmiersprache nötig, um damit zu arbeiten. Um das Steuersystem, gleich C64, mit dem Lego-Modellen zu verbinden, benötigt man allerdings noch das Lego-Interface für 398 Mark, sowie ein Interface-Kabel für 82 Mark. Des Weiteren sind in diesem Paket noch enthalten Lego-Ampelanlage und Lego-Technik-Control-1-Baukasten für 244 Mark. Hm. Das ist ja Apple-like. Was? Habe ich das gerade laut gesagt? Meinte ich nicht so. Was Spaß? Diese fünf Bestandteile können einzeln oder im Set-Paket 1 bezogen werden. Das gesamte Set ist mit 886 Mark nicht ganz billig. Dafür gibt es die Ampelanlage dazu, die man sonst nicht separat kaufen kann. Wie? Achso, die Ampelanlage kann man nur in diesem Set kriegen. Das ist ja voll schlau. Mein lieber Mann. Lego-Handsteuerung. Äh, Entschuldigung. 2. Lego-Handsteuerung. Ist eine Alternative für diejenigen, die billig einsteigen wollen. Die Aufgabe des C560 übernimmt eine Handsteuerung für 98 Mark. Dafür entfällt das Computerprogramm, das Interface und das Kabel. Die Arbeit, die mit dem Paket 1 vom Computer übernommen wird, muss man allerdings von Hand machen. Vom Paket 2 kann gegen nochmals 98 der Buggy-Bausatz bezogen werden. Dieser enthält allein 117 Elemente, unter anderem zwei Motoren, Antriebsschnecken und Zahnräder, sowie eine farbige Bauanleitung für zwei verschiedene Modelle. Den Buggy-Bausatz und die Handsteuerung gibt es zusammen als Paket 2 für 193 Mark. Und wer an dieser Stelle jetzt immer noch weiß, welche Pakete wie viel kosten und welche es da gibt, der darf das gerne unten in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es jetzt schon nicht mehr. So, drittens, Lego Technic Control 2, ein Ergänzungszusatz zu Technic Control 1 für 389 Mark. Dieser Satz enthält 458 Elemente, unter anderem Motoren, Leuchtsteine, Optosensoren, Zählscheiben und Zahnräder. Achso, Optosensoren, das sind optische Sensoren. Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. So. Ja, Lego, hallo. Hm. Mit diesem Erweiterungsbaukasten, zusammen mit dem Grundbaukasten 1, lassen sich zum Beispiel folgende funktionsfähige Modelle bauen. Ampelsteuerung, Schiebelehre, Höhenlehre und sogar ein Plotter. Wenn Sie nur den Grundbaukasten 1 aus 1 besitzen, reicht es immerhin zum Bau von folgenden Modellen. Automatische Tür, Sortieranlage, Riesenrad und so weiter. Sogar ein Roboterarm zum Drehen und Greifen lässt sich damit realisieren. Lego Technic 1, komplett 193 Mark, 5 Lego Technic 2, komplett 124 Mark. Beide für die Veranschaulichung technisch-mechanische Abläufe. Diese Pakete enthalten 179 bzw. 278 Elemente wie Zahnräder, Zahnstangen, Scharniere und so weiter. Leider sind solche Bausätze immer sehr teuer. Das war und ist bei fast allen Herstellern das gleiche. Wer aber in diese Materie einsteigen will, enthält mit den Paketen wertvolle Grundkenntnisse und Anregungen für eigene Entwicklungen. Und wer sich diese Technik derzeit noch nicht leisten kann, Weihnachten oder Geburtstage kommen schließlich immer wieder. Genau, weil Weihnachten ist ja alles umsonst. Da muss man sich das ja nicht leisten können. Da kommt ja schließlich der Weihnachtsmann und bringt alles. Oder das Christkind. Oder... Wer auch immer. Ja, Lego ist ja generell nicht für seine günstigen Preise bekannt, habe ich mir sagen lassen. So, sicher haben sie auch die lange Wartezeit beim Laden ihrer Programme satt. Ach, da sind wir jetzt beim nächsten, glaube ich. Nun gibt es Abhilfe. Das Zauberwort heißt Floppy Speeder. Diese Zusatzbausätze für die Floppy bzw. den C64 sind schnell eingebaut, jedenfalls meistens. Genaueres bekommen Sie gleich in diesem Testbericht zu lesen. Wir haben für Sie die besten Floppy Speeder ausprobiert und die Ergebnisse einmal zusammengetragen. In die Endausscheidung kamen 5 Speeder, die in die Floppy und den C64 eingebaut werden müssen. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Testergebnisse. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Was gab's denn da so? Ach, hätte ich schon auch einen Floppy Speeder, dann würde das hier viel schneller laden. Dolphin-DOS. Lieferumfang. Äh. Zwei Platinen, ein Flachbandkabel. Für 198 Mark. Einbau. Der Einbau ist an sich kein Problem, wenn im Computer das Kernel-ROM und im Floppy der 6502-Prozessor und der daneben liegende 6522-CIA gesockelt sind. Aus den entsprechenden Geräten wird je ein Schalter und aus der Floppy das Flachbandkabel herausgeführt. Im beiliegenden Handbuch werden die neuen Funktionen auf 28 Seiten ausführlich erklärt, was auch einem totalen Anfänger chancen lässt. Bei 6502 war ich raus. Geschwindigkeit. Die aufgerüstete Computeranlage ist bei Dolphin-DOS blitzschnell. Normale Programme in Basic werden so schnell geladen, dass man von Wartezeiten nicht mehr sprechen kann. Ein Programm mit 100 Blocks wird in nur 2,5 Sekunden geladen und in 5 Sekunden abgespeichert. Dateizugriff ist ebenfalls beschleunigt. Sequenzielle Files werden in 7 Sekunden gelesen, wieder 100 Blocks und in 11 Sekunden geschrieben. Ja, das ist mal schnell. Also da, das ist wirklich schnell. 2,5 Sekunden für 100 Blocks. Tja, hätte man ja eigentlich auch direkt so bauen können. Gesamteindruck und Testergebnis sehr zufriedenstellend. Leider nicht zu allen angesteckten Erweiterungen kompatibel. Mit dem eingebauten neuen Befehls-Satz lässt sich das jedoch verschmerzen. Ja, soviel zu Dolphin-DOS. Was kommt denn jetzt noch? Hätte ich das jetzt hier eingebaut, dann wäre das jetzt schon, naja. ProLogic-DOS. Lieferumfang wie zuvor. Hätte man auch hinschreiben können. Preis 196 Mark. Einbau. Leichte Schwierigkeiten ergaben sich bei dem Versuch, ProLogic-DOS in die 1541C einzubauen. Dafür ist allerdings nicht der Speeder, sondern Commodore verantwortlich. Denn diese sockeln ihre Bausteine aus Kostengründen nicht mehr. So musste der 6522CIA-Baustein erst von uns ausgelötet werden. Was für Laien ein Mordversuch am Floppy bedeuten kann. Ja, für mich wahrscheinlich auch. Sehr löblich ist das 20-seitige Einbaubuch zu erwähnen, in dem unter anderem sogar der Einbau in Nicht-Commodore-Floppys erklärt ist. Geschwindigkeit. ProLogic-DOS ist noch schneller als Dolphin-DOS. Er braucht für 100 Blocks nur 1,5 Sekunden beim Lesen und nur unwesentlich länger beim Schreiben. Schneller geht es wohl wirklich nicht mehr. Wie erreicht die Geschwindigkeit ist wirklich unglaublich. Und man muss sich fragen, warum Commodore Produkte so unausgreifend auf den Markt wirft wie den C64 in Grundausstattung. Ja gut, hinterher ist man immer schlauer, wenn man das so ein bisschen weiterentwickelt alles. Ich weiß es gar nicht. Also ich habe mal gehört, das Floppy wäre so langsam aus Kompatibilitätsgründen. Aber ich weiß es nicht. Aber dafür gibt es ja hier eine Kommentarsektion oder den Discord-Server. Beide Links findet ihr in der Videobeschreibung. Testergebnis. Die Kompatibilität ist vor allem bei der Expansion-Port-Version voll gegeben. Auch im CPM-Modus. Der C64 kann so auch mit Speeder voll genutzt werden. Die Geschwindigkeit ist nur durch unseren nächsten Speeder zu übertreffen. Wir waren aber trotzdem sehr zufrieden. Jetzt haben die doch gerade gesagt, schneller geht es bestimmt nicht mehr. Und jetzt geht es doch noch schneller? Oh mein Gott. Was kommt da jetzt? Aber das ist schon krass, ne? So eineinhalb Sekunden für 100 Blocks. Also für damalige Verhältnisse jetzt. Professional DOS. Ja das muss ja schneller sein. Steht ja auch Professional vor. Preis 197 E-Mark. Lieferumfang. Es existiert eine ganze Liste für verschiedene Systeme. Aha. Einbau. Es gibt mehrere Systeme. Teils für den User-Port, teils für den Expansion-Port. Durch das Anstecken an die Ports werden Einbauschwierigkeiten zumindest beim C64 umgangen. Geschwindigkeit. Professional DOS ist das schnellste DOS-System der Welt. Das jedenfalls sagt der Hersteller und wir wollen es ihm nach unseren Erfahrungen gern glauben. Sehr gut, das sagt der Hersteller. Dann muss es ja stimmen. Aber gut, die haben es ja getestet, dann darf man es ja auch schreiben. Ich will ja gar nicht zu viel lästern hier. Das Laden von 100 Blocks dauert ca. eine Sekunde. So genau lässt sich das nicht mehr feststellen. Das Helfen dauert 4 Sekunden. Gesamtergebnis? Sehr gut. Ja wunderbar. Professional DOS also. Und dann kommt noch eins. SpeedDOS. Preis 149 Mark. Lieferumfang 3 Platinen und ein Kabel. Einbau wie immer. Ein Kernel in den C64 und eine Erweiterung in die Floppy. Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit des Speeders ist eher zurückhaltend, wenn man die anderen Speeder vor Augen hat. SpeedDOS braucht für 100 Blocks 7 Sekunden beim Laden und etwas über 10 beim Speichern von Programmen. Rextos Preis 99 Mark 50. Lieferumfang 2 Platinen und ein Userport Kabel. Einbau wie üblich. Geschwindigkeit. Die Schnelligkeit kann hier nur SpeedDOS das Wasser reichen. Mit einer Beschleunigung um den Faktor 10 gehört dieses junge Produkt von Rex Datentechnik zu den Speedern der ersten Generation. Gesamturteil zu Rex und SpeedDOS. RexDOS und SpeedDOS sind sich ebenbürtig. Jedoch nur schwer mit den... Mit den was? Aber ich kann die Spannung kaum aushalten. Mit den anderen Speedern zu vergleichen, da sie nur 10 Mal schneller sind und dazu nur wenige Zusatzbefehle haben. Anmerkung, auch wenn es zunächst so klingt, als seien die älteren Speeder nicht mehr der Rede wert, so muss man doch erwähnen, dass sich eine 40 und eine 80 Mal schnellere 1541 nicht mehr so sehr voneinander unterscheiden. Eine Arbeit mit einem billigeren Speeder, der nur 10 Mal schneller ist, ist daher fast genauso gut möglich wie eine mit einem der oberen Preisklasse. Ja, das war's. Soviel zur Hardware. Dann würde ich sagen, ähm... Ja, gucken wir uns nochmal an, was gibt's denn so Neues. News! Oh! Hobby und Elektronik 87. Sehr schöne Grafik. Da hab ich mal gespannt. Das ist mal das Beste, finde ich. So alte Berichte von sowas. Finde ich gut. Genau, Treffen. So. News! Von 5. bis 8.11. 1987 rief Stuttgart wieder zur Hobby- und Elektronikmesse. Auch dieses Jahr kämpften wieder hunderte von Ausstellern in 8 Hallen um die Gunst des Besuchers. Dabei gab es dieses Mal nichts bahnbrechend Neues. Interessant war allerdings die Mühe, mit der einzelne Firmen versuchten, ihre Produkte dem Kunden nahe zu bringen. Sprichwörtlich im Rampenlicht stand da zum Beispiel der schon nicht mehr so neue Commodore Amiga, den viele Aussteller zum Lockvogel umfunktionierten und seine außergewöhnlichen Sound-Digitalisierungsmöglichkeiten nutzten, um mit Popmusik und ansprechender Grafik das Publikum anzuziehen. Nicht mehr ganz so neu. Sind wir im Jahr 88? Ja, da war der schon ein bisschen auf dem Markt. Nicht so lange, aber naja. Unter den Ausstellern waren nicht nur bekannte Unternehmen der Computerbranche wie Data Becker oder die Firma Rossmöller, die sich den Stand mit Rex Datentechnik teilte, sondern auch die Könige der Bastel-Elektronik. An den Ständen von Konrad Elektronik und Völkner war es meistens so voll, dass man Mühe hatte, die Ware in den Regalen zu erkennen. Man hatte den Eindruck, nach dieser Messe werde nie wieder Elektronik verkauft. Auch viele kleine Firmen nutzten den Messeboom aus und verkauften nützliche kleinere und größere Hardware-Teile, meistens für den C64. Auch Elektronik-Schrott mit vielen wertvollen Bauteilen war günstig zu haben. Ein interessanter Stand für alle C64-Besitzer war der dicht gedrängte Stand für Public-Domain-Software. Dort gab es über 50 verschiedene Disketten mit Spielen oder Anwendungen für den C64, das Stück mit jeweils mehreren Programmen für 5 Mark. Normalerweise kosten sie 10. Weiter gab es eine Unmenge von Peripherie- und Messepreisen. Drucker zum Beispiel waren oft mehrere hundert Mark billiger als im Laden. Der von uns in der letzten Magic-Disc 64 vorgestellte NEC-P6 ging weg wie die warmen Semmeln. Auch Steckmodule waren bis zu 40% billiger. Ja, da gab es noch Messepreise, da konnte man auch schön günstig Sachen kaufen. Ich war auf einer Messe mal drauf, ich bin mir gar nicht sicher, was für eine Messe das war. Die war auf jeden Fall in Köln, das weiß ich noch. Und da gab es ziemlich günstig Computerspiele und irgendwie, man konnte auch irgendwie RAM kaufen und so. Aber, ähm, naja. Äh, so, News, immer noch. Kein Wunder also, dass sich Käufer und Verkäufer gut verstanden. Aber die Aussteller hatten nicht nur dem Auge Interessantes zu bieten. Die Firma Modern Music, Berthold & Schwentner, aus Stuttgart, hatte es mit ihrem Equipment nicht weit und wartete daher mit allerlei Synthesisern und anderen Musikgeräten auf. So schaden sich viele Interessierte um die MIDI-fähigen Keyboards und lauschten den Klängen, die schon längst kein Mensch, sondern nur noch der Computer einspielt. Mit einem Amiga 2000 wurde an anderer Stelle ein ganzes Lied komponiert, was erstaunliche Ähnlichkeit mit Woodpeckers from Space hatte. So, dass man sich fragt, wie lange es noch dauert, bis die deutschen Top 10 auf 3,5 Zoll Disketten erhältlich sind. Ja, das frage ich mich auch. Wann ist es soweit? Das wird super. Drei Hallen waren der Modellelektronik und Modelleisenbahn vorbehalten. Unter anderem war dort eine große Autorennbahn und ein künstlicher See für Schiffsmodelle aufgebaut. So war die Hobby und Elektronik in Stuttgart dieses Jahr trotz der fehlenden Neuheiten eine Messe, die sich anzuschauen lohnte. Sollten Sie sich nun vorgenommen haben, das nächste Mal auf die Hobby und Elektronik zu kommen, wir werden auch wieder dort sein. Ja, das werden wir dann wohl in einer späteren Folge erfahren, nämlich genau in zwölf Ausgaben, wenn die jetzt jedes Jahr war, die Messe. Ja, super. So, werden wir mit den News durch. Dann gucken wir uns doch jetzt mal an, was der Software-Markt Interessantes zu bieten hat. Für alle diejenigen, die sich immer für die neuesten Games und Adventures interessieren, haben wir uns die Finger wund gespielt und mehrere Software-Neuheiten einen kritischen Test unterzogen. Okay, dann schauen wir doch mal, was Indiana Jones denn so zu bieten hat. Oh, cool. Indiana Jones in the Temple of Doom. Aha. Okay. Jeder, der den Film Indiana Jones und der Tempel des Todes gesehen hat, kann sich sicherlich noch gut an die prickelnde Spannung erinnern, die im Verlauf des ganzen Films bestand. Auch im Spiel ist es kaum anders. Allein mit ihrer Peitsche müssen sie sich gegen die Bewächter des Pankot-Palastes verteidigen und die dort gefangenen gehaltenen Kindern aus den Armen des Maharajas befreien. Insgesamt drei Levels müssen sie durchstehen, um ihre Mission zu erfüllen. In Level 1 muss Indy die Kinder befreien und den Tugis im gefährlichen Labyrinth der Minen entkommen. Wenn dies geschafft ist, folgt Level 2. Dort geht es darum, den Eingang des Tunnels zu erreichen und danach in einer Lore, in Klammern Kohlewagen, vor den Dienern des Maharajas zu flüchten. In Level 3 hat Indy sein Ziel fast erreicht. Jetzt kommt es nur noch darauf an, möglichst schnell an den Sankara-Stein zu kommen, der sich vor der Statue der vierarmigen Todesgöttin Kali befindet. Unsere Meinung? Als ein Leckerbissen für Gamerfreaks kann man Indiana Jones nicht richtig bezeichnen, was nicht heißen soll, dass das Spiel keinen Spaß macht. Aber die Grafik und der Sound sind einfach zu gewöhnlich, um es als wirklich gelungen zu bezeichnen. Gesamtwertung 10 Punkte. Gut. Ja, 10 Punkte von wie vielen denn? Also ich kann mich noch erinnern, dieses Indiana Jones war halt so ein Jump'n'Run. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau dieses Spiel ist. Na, es hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht damals. Ist nur hängen geblieben, weil es halt Indiana Jones war. Da war ich halt so Fan. Aber wer war das damals nicht? Thunder Chopper. Schon wieder einer dieser Hubschrauber-Simulationen. Werden sich jetzt einige denken, Nee, Hubschrauber-Simulationen waren das Beste. Hallo? Da gab es gar nicht genug von, finde ich. Aber weit gefehlt. Thunder Chopper ist wirklich ein außergewöhnliches Programm, das vor allem aufgrund seiner 3D-Grafik überzeugt. Kein Wunder, stammen die 3D-Routinen doch von Sublogic, das ja gerade wegen dieser Technik berühmt geworden ist. In Thunder Chopper sind alle technischen Raffinessen eingebaut, über die auch echte Kampfhubschrauber verfügen. Wie zum Beispiel Zoom-Television oder Infrared-Display. In insgesamt 5 verschiedenen Missionen können sie ihr Flugkönnen beweisen. Diese Missionen lehnen sich sehr eng an Die militärische Realität an. Eine Mission besteht zum Beispiel im Armed Escort, das heißt sie müssen eine kleine Anzahl von Transportern und Lastwägen durch feindliches Gebiet geleiten. Was die Simulation Thunder Chopper perfekt macht, ist das Helicopter Operations Handbook, also die Bedienungsanleitung. Hier werden sie ausführlich in die Grundsätze des Helikopterflugs eingewiesen. Der Anleitung liegt außerdem noch ein DIN A5 Karton bei, der Aufschluss über die Tastenbelegung und die Funktionen des Joysticks gibt. Diese Beilage erleichtert das Steuern des Helikopters ungemein. Gesamtwertung 14 Punkte, sehr gut. Okay, 10 ist noch gut, 14 ist sehr gut. Wir kommen der Sache näher, wie viele Punkte das wohl insgesamt maximal geben könnte. Ja, also wie ich gerade schon erwähnte, also Hubschrauber-Simulationen fand ich damals immer super faszinierend. Insgesamt so Flugsimulationen, das war so echt das Ding für mich, weil das auch so ein bisschen, ja, so ein Jump'n'Run ist immer so, da ist man so eingeengt gewesen und da gab es halt so eher Freiheit. Man konnte in Anführungsstrichen hinfliegen, wo man wollte und ja, ich habe das immer sehr gerne gespielt, sowas. Ja, und ja, ich glaube, das ist ja auch in späteren Spielen so gewesen, dass das Handbuch bei so Flugsimulationen immer super umfangreich war. Da standen dann Sachen drin, die man für Spiele überhaupt nicht brauchte, also irgendwelche technischen Daten für irgendwelche Flugzeuge und so weiter. Also, ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern, das war immer so eine Menge Lesearbeit, wenn man denn wollte. Meistens hatte man ja auch gar kein Handbuch, weil man, der Hund hat das gefressen oder so. Ah, okay, da sieht man unglaubliche Grafik von dem Spiel. Die Einsatzkarte wahrscheinlich. Ja, ist aber cool, dass hier so Screenshots noch dabei sind. Das ist schon mal ganz gut. So, weiter geht's. Ich habe mir mal hier einen von diesen Schnellladern installiert. On the Tiles. Okay, sieht man da eine Katze? Oder hat da auch hier wie so oft das Cover nichts mit dem Spiel zu tun? Wir werden es jetzt erfahren. Nach einer kurzen Ladepause. On the Tiles. In diesem Spiel geht es zu wie bei Tom und Jerry. Als Straßenkater müssen sie beweisen, dass sie die gemeinste Katze in der ganzen Stadt sind, um die Kontrolle über alle Nachbarschaften zu übernehmen. Sammeln sie also alle herumliegenden Fischgräten auf, aber hüten sie sich vor Hunden, Eulen, schleimigen Fröschen, Fliegen und Igeln. Mäuse sind natürlich ein Leckerbissen und füllen sie wieder mit neuer Energie. Fazit. On the Tiles ist wirklich ein lustiges Spiel mit gut animierten Sprites und nettem Sound. Gesamtwertung 12 Punkte gut. Klingt für mich jetzt nicht so spannend. Also, okay, das Titelbild war diesmal Programm. Man spielt eine Katze. Aber mich würde wirklich mal interessieren, wie das Spiel aussieht. Naja, Gott sei Dank gibt es ja heute dieses Internet. Vielleicht sollte ich da nachher mal gucken. On the Tiles. Alles klar. Ja, ich finde halt so Jump'n'Runs und so, die waren, na, auf dem C64 gut. Damals hatte man ja nichts. Haken wir das einfach mal so ab. Lucasfilm Games. Mit diesem Softwarepaket, der Prestige Collection, versucht Activision die schon etwas älteren, aber dennoch sehr guten Spiele The Eidolon, Rescue and Fractalus, Ballblazer und Coronis Rift unter die Leute zu bringen. Insgesamt besteht das Paket aus zwei doppelseitig bespielten Disketten, inklusive Bedienungsanleitungen. Alle Spiele bestechen durch ihre exzellente Grafik und ihren Spielwitz. Für diejenigen, der keines oder nur ein einziges der oben genannten Spiele besitzt, lohnt sich der Kauf der Prestige Collection sicherlich. Gesamtwertung 10 Punkte gut. Ja, The Eidolon kenne ich, Rescue and Fractalus kenne ich auch, Ballblazer, das ist auch, glaube ich, dieses 3D-Spiel mit diesem Ball, wo ich persönlich nie beim Zugucken mitkomme, was die da überhaupt machen. Und Coronis Rift, muss ich sagen, kenne ich nicht. Auch da würde ich vielleicht gleich mal ein bisschen rumgoogeln. Ja, also, Softwarepaket, alles klar. Die Eidolon, da hatte ich immer Angst vor diesem Drachen. Da muss man durch so eine Höhle durch und dann kommt irgendwann so ein Drache und da hatte ich als Kind immer ordentlich Schiss. Da ist er! Da ist er! Vor diesem Drachen hatte ich immer unglaublich Schiss als Kind. Das war wirklich sehr, sehr unheimlich damals. Ja, also ich finde, die Grafik ist wirklich gut. Also, hallo, für damalige Verhältnisse war das schon richtig gut. Boah, jetzt kriege ich bestimmt Albträume heute Nacht. Flashback in die Kindheit. Der Drache auch The Eidolon. Oh nein. Der jagt mich heute. Ich werde berichten. So, was kommt denn als nächstes? Kam noch was? Ich habe das Inhaltsverzeichnis schon wieder vergessen. Ah, Scary Monsters. Okay. Scary Monsters Das Game Scary Monsters kann man getrost als schwachsinnig bezeichnen, da man selbst nach längerem Spiel nicht hinter den Spielsinn kommt. Wen das nicht sonderlich stört, kann sich bei Scary Monsters voll austoben. In den Schlössern und Kirchen würmelt es nur so von Hexen und Monstern, die man vom Bildschirm verbannen muss. Scary Monsters ist ein typisches Shoot im Abspiel, bei dem derjenige den Highscore erzielt, der am schnellsten schießt. Gesamtwertung 7 Punkte, mittelmäßig. Eine komplette Liste aller Softwaretitel gibt es natürlich bei CSJ Computersoft an der tiefen Riede 27, 3 Hannover 1. Ja, das war also der Software-Teil. Ich würde sagen, wir gucken uns mal den internen Teil an. Aber ich glaube, das ist nur Impressum und so. Das wird sich ja nicht groß geändert haben zum letzten Mal. Wer die letzte Folge übrigens nicht gesehen hat, Link unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr dann nochmal alles. So, Magic Club, Programmeinsendung, Gewinnspiel, Hotline. Ja, gucken wir uns mal an. Hinweise, Informationen und ein Gewinnspiel. Das alles finden Sie in dieser Rubrik. Okay. Schauen wir mal, Magic Club. Das ist bestimmt so ein Abo. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, das letzte Mal, dass ich eine Magic Diss durchgelesen habe, das ist jetzt auch schon wieder Jährchen her. Also mehrere, ich weiß gar nicht genau. Und ja, so genau weiß ich gar nicht mehr. Magic Club. Was? Die Mitgliedschaft im Magic Club kostet nur 96 D-Mark. Das sind ja gerade 8 Mark pro Monat. Oh mein Gott. Ja, und das ist noch nicht alles. Als Mitglied im Magic Club erhalten Sie für lediglich 96 Mark, das sind 18% Rabatt, nicht nur 12 Monate lang die Magic Diss 64 ins Haus geschickt, sondern Sie bekommen natürlich auch das begehrte Scheckheft und einen Lightpen, mit dem Sie dann künftig unser Magazin durchlesen können. Ihre Mitgliedschaft macht sich sehr bald bezahlt, denn mit Ihrem Scheckheft können Sie im Verlauf Ihrer Mitgliedschaft viele Produkte zu besonderen Konditionen erwerben, denke ich mal. Ja, das hätte ich damals wahrscheinlich wirklich gemacht. Also, Magic Disc Abo klingt jetzt nicht schlecht, ein Lightpen klingt jetzt auch nicht schlecht, gerade zu der Zeit, mein Gott. Bestellen. Dazu schicken Sie uns einfach einen Ihrer 10 Checks und zahlen automatisch den Magic Club Preis. Außerdem sind mit Ihrer Mitgliedschaft noch besondere Serviceleistungen verbunden. Sie gehen absolut keine weiteren Verpflichtungen ein. Also nichts viel los. Schicken Sie noch heute den beiliegenden Mitgliedsbeitrag ab. Natürlich bleibt es Ihnen offen, die Mitgliedschaft jederzeit zu kündigen. Ein weiterer Grund für uns, Sie jeden Monat mit News und Erhaltung, tollen Spielen und super Utilities und viel mehr zu überschwemmen. Übrigens, für alle Mitglieder wurde eine... Eine... Oh, eine was? Eine Ladezeit mit einkalkuliert? Nein, eine extra Hotline-Zeit freigehalten. Als Mitglied im Magic Club können Sie uns deshalb auch am Montag von 16 bis 18 Uhr telefonisch erreichen. Falls der beigelegte Mitgliedsantrag verloren gegangen sein sollte, schicken Sie einfach eine Postkarte an den CP Verlag GmbH, Rufindauer, Straße 13, 8501 Schwarzenbruck. Ja, schön. Noch vierstellige Postleitzahlen. Damals war die Welt noch in Ordnung. Programmeinsendungen. Sie haben selbstgeschriebene Utilities oder Spiele, die Sie uns gerne zum Kauf anbieten würden? Dann nichts wie die Programmdiskette in einen Umschlag gesteckt und an uns geschickt. Denn bei Veröffentlichungen honorieren wir Ihre Programme mit 500 Mark. Sie können sich sogar bis zu 1000 Mark verdienen, wenn wir Ihren Spiel oder Utility 5 Sterne zuerkennen. Bei Einsendungen gibt es Folgendes zu beachten. Erstens, das Programm sollte auf jeden Fall ohne Erweiterung lauffähig sein. Ja, das finde ich halt auch immer. Es gibt ja viele Basic-Erweiterungen, aber leider braucht man die ja dann auch. Deswegen finde ich immer, man sollte das irgendwie so schreiben, dass das Ganze mit dem C64 ohne Erweiterung läuft. Zweitens, alle Einsendungen müssen mit einer Bedienungsanleitung versehen sein. Drittens, Bastelanleitungen sollten mit dem fertigen Endprodukt eingesendet werden. Für eventuelle Rückfragen wäre es vorteilhaft, wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben. Ansonsten sind wir natürlich auch an Programmen für den C128 interessiert. Bastelanleitungen oder aktuelle Beiträge wären ähnlich wie Programme vergütet. Na, da hätte ich jetzt direkt Bock, was einzuschicken, aber... So schnell ist die Post nicht, dass sie in die Vergangenheit liefert. Das ist sehr schade. Bevor Sie uns ein Programm zuschicken, sollten Sie es jedoch einmal auf Herz und Nieren prüfen. Senden Sie bitte alle Programme und Bastelanleitungen an den CB Verlag und so weiter. Ja, wunderbar. Gewinnspiele. Auch in diesem Monat gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen. Mit etwas Glück können Sie nämlich zu den glücklichen Besitzern von 10 Modulen Zeitlupe gehören. Beschrieben in Bastelware. Ha, da kommen wir gleich zu. Was Sie dazu machen müssen? Schicken Sie uns einfach Ihre besten Tipps und Tricks zu. Natürlich sind auch kurze Programme zulässig, die gute Grafik oder Soundeffekte erzeugen. Die 10 besten Einsendungen werden ausgewählt. Unsere Adresse finden Sie unter Magic Club. Ja, das ist gut. Da wird direkt verlinkt, damit man sich so ein paar Zeilen spart an Speicherplatz. Wunderbar. Wenn Ihnen wichtige Fragen unter den Nägeln brennen, haben Sie jede Woche am Donnerstag von 16 bis 20 Uhr die Gelegenheit, mit uns direkt zu sprechen. Wählen Sie dazu unsere Hotline-Nummer. 091 28 13 715. Ich nehme an, dass die nicht mehr funktioniert. Ja, und wenn man im Magic Club ist, dann sogar montags. Hey, super. Da lohnt sich das doch. So, das war der Bereich intern. Und jetzt gucken wir uns doch mal das Zeitlupe-Modul unter Bastelware an. Ich bin hochgradig gespannt. So. Bastelware. In dieser Rubrik sollen auf der Magic Disk 64 kleinere oder größere Basteleien beschrieben werden, die den C64 aufrüsten und die jeder Besitzer eines Lötkolbens leicht selbst aufbauen kann. Sie werden sicherlich verstehen, dass wir trotz alledem keinerlei Haftung für Schäden übernehmen können, die aufgrund eines Nachbaus einer Schaltung aus dieser Rubrik entstehen. Zu unserer heutigen Idee für Sie. Wenn Sie die Schaltung aus der letzten Magic Disk 64 nachgebaut haben, dann wird es Ihnen dieses Mal ein Kinderspiel sein, unsere Idee zu verwirklichen. Der Aufbau ist nämlich fast genau derselbe. Ja, ich verweise nochmal auf die letzte Magic Disk 64, die habe ich auch komplett durchgelesen, Link in der Beschreibung. Wieder haben wir nur einen Timer NE555 beschaltet und sind zu einem nützlichen Effekt gekommen. Wie Sie vielleicht bereits wissen, gibt es eine Unterroutine im C64 rum, die alle 60 Sekunden durchlaufen wird, um den Cursor blinken zu lassen und die Zeit in TI-Dollar-Zeichen weiterzusetzen. Hm. Das hat nicht nur TI, TI-Dollar-Zeichen. So ein String. Egal. Den Anstoß zu dieser Unterbrechung gibt ein Timer in den ICs, von denen Sie zwei in Ihrem C64 haben und die sich CIA nennen. Den Unterbrechungsimpuls findet man auf einer Leitung, die ERQ genannt wird, für Interrupt Request. Diese Leitung ist am Expansion-Port an Pin 4 herausgeführt. Okay, und jetzt gehen die an den Pin. Wir wollen nun versuchen, den CIAs die Arbeit abzunehmen und den Impuls dann zu geben, wenn wir es für nützlich halten. Deswegen schließen wir den Ausgang des NE555 an Pin 4 des Expansion-Ports an. Ansonsten bleibt die Schaltung genau die gleiche wie beim letzten Mal. Wir haben sie aber trotzdem noch einmal zusammen mit einer Teile-Liste auf der folgenden Seite aufgemalt. Es ist am günstigsten, wenn Sie die Schaltung aufbauen und dann ein schon vorhandenes Ansteck-Modul dazu benutzen, um an dessen Pin 1, 2 und 4 den Timer anzulöten. Der Expansion-Port zeichnet sich nämlich nicht gerade durch gute Zugänglichkeit aus. Ja, ich muss sagen, ich bin raus hier, weil Hardware-Löterei, das ist nicht meins. Ich lese es trotzdem vor, auch wenn ich nicht so genau weiß, was die da genau machen. So, also, das ist also diese technische Zeichnung. Der Schaltung, ich erkenne einen Widerstand, das weiß ich noch aus der Schule. R2. Wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt und es ist gar kein Widerstand, aber ich... Ich tue jetzt einfach mal so. 150 Ohm klingt auch nach Widerstand, glaube ich. Ja. Okay. Das Ganze als Zeitlupe. Also wahrscheinlich kann man damit den C64 ausbremsen. Dass er noch langsamer wird. Naja, für Geschicklichkeitsspiele kann man das sicherlich ganz gut machen. Hatte ich am Amiga, da hatte ich so ein Modul, dass man da praktisch mit so einem Drehrädchen den Amiga langsamer machen konnte. Das war ganz nützlich. Und nun zu den Vorteilen des kleinen Ausbaus des C64. Viele Spiele nutzen die ERQ-Routine, um Männchen oder Raumschiffe zu steuern oder die Landschaft vorbeiziehen zu lassen. Wenn sie nun diese Games spielen, zu denen zum Beispiel Scramble oder Survivor gehören, dann können sie von ihrer Schaltung Gebrauch machen und zum Beispiel erreichen, dass sie ihr Schiff rasend schnell steuern können, während die Feinde dahin kriechen. Aber auch die Cursorgeschwindigkeit des C64 lässt sich so von außen fest einstellen, da die internen CIAs lahmgelegt sind. Hm, es lädt, aber normal müsste der Bildschirm doch wegschalten. Hat es sich jetzt aufgehangen? Hm. Normalerweise würde ich jetzt hier mal so ein bisschen die Verriegelung vom Floppy aufmachen, um zu gucken, ob das noch lädt oder nicht. Ich glaube, das Ganze hat sich aufgehangen. Ich würde sagen, ich hole mir einen Kaffee und wenn das dann immer noch hier so rumrödelt, dann lade ich das nochmal neu und melde mich dann wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder mit frischem Kaffee. Es hat sich tatsächlich aufgehangen. Ich habe es dann nochmal resettet und neu geladen. Und jetzt sind wir hier auf Seite 6. Wenn Sie selbst Bastler sind und gute Ideen in Bezug auf Computerschaltung haben, dann lesen Sie sich doch einfach die Rubrik intern durch. Neben Utilities und Spielen vergüten wir nämlich auch Bastelanleitungen. Übrigens, den kompletten Bausatz zur Zeitlupe gibt es bei uns für nur 29 DM. Ja, wunderbar. So, ich denke mal, das war die letzte Seite. Genau. Ja, dann hätten wir die Hardware von dieser Ausgabe jetzt auch durch. Und, ähm, ja, ich nehme mal an, das Menü ist eigentlich so gedacht, dass man sich von hier runter arbeitet und dann hier oben weitermacht, so wie sich das liest. Aber, äh, das ist ja eigentlich auch egal. So, als nächstes kommen noch Tipps und Tricks. Schauen wir mal, was es denn da diese Ausgabe für Abenteuer gibt. So, Tipps und Tricks. Sicher kennen Sie auch das Problem des Directory Ladens. Wenn man das erste Programm nach dem Anschalten lädt, dann stört es zunächst gar nicht so sehr, dass man erst Load, Anführungsstriche, Dollar, Komma, Acht eintippen muss, um herauszufinden, was auf der Diskette ist. Aber wenn man erst mal ein Programm geschrieben hat und plötzlich möchte man das Directory auf einer Diskette sehen, dann sieht es meist übel aus. Deswegen werden wir uns dieses Mal mit diesem Problem auseinandersetzen. Directories zu laden, braucht bei der Handbuchmethode Speicherplatz und überschreibt dadurch ihr Programm. Es gibt aber auch andere Wege, wie sie sicherlich schon aus professionellen Programmen... 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 Programmen was? Ja, ist das spannend. Programmen wissen. Diese werden wir uns nun zunutze machen. Zunächst gibt es die Möglichkeit, das Directory, statt an den Basic-Anfang hinter das Basic-Ende zu laden, wo es nicht stört, und es dort aufzulisten. Dieser Weg wird heute eher selten gewählt. Eine andere Methode besteht im einzelnen Einlesen der Programmnamen. Diese Methode benutzen meist den sogenannten Direktzugriff. Das heißt, der Computer verarbeitet die rohen Daten weiter, die ihm das Floppy auf sein Geheiß hin liefert. Das geht nicht nur in Maschinensprache, sondern auch sehr gut von Basic aus. Oh, jetzt wird es interessant. Wahrscheinlich irgendwie mit Open und so. Wir haben deswegen einmal ein solches kleines Basic-Programm auf die Diskette gespielt. Es heißt Basic-Deer und lässt sich leicht in ihr eigenes Programm integrieren. Mit ihm werden alle Programme aufgelistet, die auf der Diskette sind. Wer möchte, kann auch das RAM in Zeile 120 löschen und sich so zeigen lassen, auf welchem Sektor des Directories welches Programm ist. Die beste Möglichkeit ist natürlich ein Programm in Maschinensprache, welches hoch oben im Speicher versteckt ist und nur bei Bedarf mit Sys aufgerufen wird. Auch ein solches Programm ist auf ihrer Magic Disk. Es heißt Machine-Deer und wird mit Sys 49152 gestartet. Ihr Programm, führe ich mal von aus. Das gucken wir uns doch gleich noch an, oder? Vielleicht beim nächsten Mal oder mal so zwischendurch. Ich glaube, das ist mal was für zwischendurch zu gucken. Ihr Programm bleibt davon natürlich unberührt. Wenn Sie Maschinen, die einladen, bevor Sie mit der Programmierung beginnen, werden Sie in Zukunft keine Directory-Probleme mehr haben. Und noch ein Floppy-Tipp. Haben Sie auf Ihren Arbeitsdisketten vielleicht lange Directories, die vom Floppy erst ewig durchsucht werden müssen, was lange dauert? Schneller geht's mit folgenden Trick. Tippen Sie doch einmal diese Zeile in Ihren C560. Open 1,8,15 M bis W plus CHR7 plus CHR28 plus CHR1 plus CHR15 Wenn ich jetzt mein Basic-Handbuch hier hätte, dann könnte ich gucken, welche Zeichen das sind. Und zufällig liegt es hier. Es ist nicht so, dass ich hier immer ein C660-Handbuch auf meinem Schreibtisch habe. Das braucht hier keiner zu glauben. Aber jetzt gerade zufällig ist es so. Und da ist hinten eine ESCII-Tabelle drin und ich gucke mal eben, was machen die denn da? Das ist ja mal hochinteressant. So. ESCII und CHR-Code 135. So. So, da habe ich sie. Die ESCII-Tabelle. Was haben wir denn da? CHR7. Das ist hier nichts. Da geht's schon los. Das ist irgendein Steuerzeichen. Aha. CHR28. Das ist Cursor nach rechts. Eins scheint auch irgendein Steuerzeichen zu sein. Und CHR15 ist auch irgendein Steuerzeichen. Ist hier nicht abgedruckt in der Liste im Handbuch. Dieses verdammte Handbuch, das ist ja sowas von unnütz. Na gut. Wer möchte, kann das nachgoogeln oder wahrscheinlich steht jetzt auf der nächsten Seite genau beschrieben, was da passiert. Ich drücke mal weiter. Was? Die lassen einen jetzt einfach so damit sitzen? Jetzt müssen wir es eintippen. Na gut. Das mache ich aber in einem extra Video. Würde ich sagen. So. Jetzt. Das waren die Tipps und Tricks. Jetzt hätten wir hier noch Utilities und Gains. Da gucke ich jetzt nur mal eben kurz rein. Was für Utilities uns da erwarten. Die einzelnen Programme und das Vorlesen mache ich dann in extra Videos, wo ich dann einmal die Spiele mache und einmal die Utilities. So. Was hätten wir denn hier? Deer Changer, Screen Saver, Uniload, Disk Manipulation, HyperDat und PC Print. Ich lese trotzdem mal eben diese Seite. Dieses Mal haben wir gleich zwei Anwendungsprogramme auf der Magic Disk 64, mit denen Sie von Ihrer Diskettenstation ausgiebig Gebrauch machen können. Da ist zum einen eine Datei, die Ihnen gute Dienste leistet, wenn Sie viele Personen genau erfassen wollen. Zum anderen Programm kommen wir gleich. Doch zunächst eine Übersicht. Na gut. Ja. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Ich gehe jetzt aber zurück ins Menü. Dann gucken wir noch, welche Spiele auf der Magic Disk drauf waren. Bevor wir Ihnen die Games vorstellen, da, 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 da. Okay. Da eine Übersicht. Ach, hier wird beschrieben, wie man die lädt. Hexensabbat. Uh. Okay. Es gibt hier keine genauen, keine genaue Liste. Wie gesagt, schaue ich mir auf jeden Fall in einem Extra-Videos an, wo ich dann alle Games einmal kurz anzocke. Und die Utilities probieren wir auch aus. Und natürlich diese Tipps und Tricks. Ähm. Da bin ich hochgradig gespannt. So. Ähm. The End. Was verbirgt sich denn dahinter? Eine zweiseitig beschriebene Diskette mit bis zu 380 KB voll mit Utilities, Games, Tipps und Tricks, Bastelanleitungen und aktuellen Berichten, das gibt es nur bei Magic Disk 64. Nun muss man nicht mehr stundenlang am Computer sitzen und stumpfsinnig Programme in seinen C64 eintippen und wie oft stellt sich am Ende heraus, dass man sich irgendwo vertippt hat und dann auf Fehlersuche gehen kann. Wann sie im nächsten Monat zum Zeitschriftenladen eilen müssen, um noch ein Exemplar der Magic Disk 64 zu bekommen, erfahren sie auf der nächsten Seite. Der Spannungsbogen wird aufgebaut. Wir schreiben es nicht hier hin, sondern sagen, es steht auf der nächsten Seite. Na gut, auf den Seiten hat man ja auch nicht hier besonders viel Platz. Die nächste Ausgabe der Magic Disk 64 gibt es schon am 5. Februar. Natürlich werden wir die Diskette wieder randvoll packen mit tollen Games und wahnsinnig starken Utilities. Außerdem gibt es selbstverständlich wieder interessante News, eine Vorstellung der besten Software Neuheiten, eine nützliche Bastelanleitung und 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 und. Außerdem testen wir die besten Module und Erweiterungen, die es zur Zeit auf dem Markt gibt. Es ist also wieder einmal für jeden etwas dabei. Denn bei uns soll keiner zu kurz kommen. Also, am 5. Februar ist es wieder soweit. Ja, wunderbar. Damit wäre ich jetzt hier soweit durch. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn ich diese mit Sicherheit hochwertigen Superspiele anteste und die Utilities mal so ein bisschen ausprobiere und die Sachen aus den Tipps und Tricks auch mal teste, dann verpasst die nächste Folge nicht. Am besten abonniert ihr meinen Kanal, wenn ich es noch nicht gemacht habe und drückt die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald es dann soweit ist. Schaut noch weitere Videos auf meinen Kanal. Es gibt da jede Menge Zeug. Ich habe hier mal die letzte Ausgabe verlinkt. Und die Spiele der letzten Ausgabe könnt ihr euch mit den Videos hier angucken. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.